Oh! Sorry, Mann. Das war wie gemacht dafür. Du kannst hier stehen bleiben und die Bote aufhängen. Das ist unser Grill. Aber ich meine, wir haben ihn anbekommen, da war ich schon ganz stolz auf uns. Was sagt der Profi, was müssen wir verbessern noch? Ja, viel Kohle. Ich hab's gesagt, ich wollte reinkippen und ich meinte, nee. Das kann man schon voll machen, aber sonst hatte ich schon eine gute Hitze. Okay, also ich werd jetzt Barkieferin. Ja, hab ich noch nie gemacht. Versuchen wir's einfach mal. Aber der Fabian kann da vielleicht helfen. Du machst das? Ja, ich kann das ein bisschen. Komm herein in meine Bar. Also so ein bisschen dreckig hier. Oh. Auch Schneckenzüchter Andreas und seine Tochter haben die Mädchen während ihrer WG-Zeit kennengelernt. Beim Besuch seiner Schneckenfarm haben die WGlerinnen jede Menge über die Superkräfte der kleinen Kriechtiere erfahren. So Mädels, aber jetzt zeigst du mal das Haus, oder? Ja. Gerne. Man muss halt bedenken, hier wohnen halt fünf Mädels ohne Eltern. Und deswegen sieht's halt aus, wie's aussieht. Das ist das Zweierzimmer. Hier pennen Pauli und Flori. Und ja, das ist das Dreierzimmer. Das ist gar nicht mein Bett oder so. Gar nicht. Überhaupt nicht. Tatsächlich ist das einzige gemachte Bett hier meins. Möchte ich auch einfach gar nicht zu sagen. Sehr schön. Die Hausführung mit Andreas und seiner Tochter. Hm. Okay, es war mal schlimmer. Es war schlimmer. Oh, wow. Es war halt schon damn unangenehm. Okay, gehen wir zum Pool. Ja. Da gibt's auch ein S. Ich hab auch nicht so hart da hinten. Ähm. Also... Also da ist... Nein, 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 nein. Das ist so schlimm da drin. Es ist richtig schlimm. Ich hab Pauli gesagt, sie sollen ihre Klamotten wegräumen. Oh. Oh. Okay. Also der Kleiderschrank war halt schon so... Wollten wir nicht grad zum Pool runtergehen? Ja. Das ist nie passiert. Das ist... Und ich bin auch immer noch so auf Pauli, dass sie einfach ihre Klamotten da reingeschmissen hat, ey. Wie schmack man zu essen eigentlich? Hervorragend. Ja? Ja. Wieso liegt er eigentlich so im Beruf? Ich krieg gar nicht genug davon. Ja. Habt ihr schon den krassen Kartoffelpüree... Kartoffelsalat von Pauline probiert? Wo? Der ist richtig heftig. Wer ist Kikenchef bei euch? Ich... Eindeutig. Ja, da war meine liebe Gehirn. Also das ist eine Wischung zwischen Püree und Salat. Und ich meinte so, ja, lass im Internet nach einem Salat gucken. Pauline so, nee, ich weiß nicht von meiner Mutter. Habt ihr das gestampft? Ich hab den umgerührt. Nimm's mal mit einer Gabel. So fest wie der ist, kann man den auch mit einer Gabel. Und ist sonst lecker? Ja, schmeckt wie ein Kartoffelsalat. Es war Kartoffelsalat und es hat geschmeckt. Also... Das schmeckt aber gut. Ja, ich schmeck's dir. Sehr gut, sehr gut. Also wie mir das bisher aufgefallen ist, ist eine sehr gute Stimmung. Also ich glaub, dass sich alle Gäste gut verstehen und das jetzt keine Orphod-Stimmung ist. Sind wir jetzt schon so krass? Ja, renn! Du musst rennen! Und du hättest... Ah! Uh, los! Ja, Mann! Uh, der war gut! Gut, schlecht! Also es lief wirklich mega gut. Die haben sich alle mega verstanden, auch untereinander. Und deswegen hat's auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Oh, da ist mein Mais! Ah, hm! Der ist jetzt durch, glaub ich, ne? 20 Sekunden. Also... Mir ist aufgefallen, dass Pauli und Paul öfters beieinander standen und gegrillt haben. Möchtest du? Ich esse das jetzt. Ich meine, die Namen sagen's ja eigentlich schon, ne? Paul? Pauline? Ich meine, es ist ja obvious. Es ist offensichtlich. Pauli? Willst du mal kurz mitkommen? Du kannst mal schon hier... Du kannst mal schon hierbleiben, ne? Ah! Ich will mal ein Wörtchen mit dir reden. Mach was machen? Ähm... Ich kann das. Ich boxe noch nicht, ne? Ich boxe, ne? Ich nicht, ja. Aber ich hab schon ein Wörtchen. Ich boxe noch nicht. Eigentlich wollte ich tatsächlich grad ein Wörtchen mit meiner Freundin reden, ne? Ach so, ja. Wie geht's dir so bisher? Ja? Ganz gut? Oh, ne Pommes? Mhm. Voll geil. Das drin läuft ganz gut tatsächlich, oder? Nee, ich krieg's absolut nicht auf die Reihe. Aber wer es hinkriegt? Paul! Und? Was? Was läuft da so? Also ich mein, du giggelst ja schon die ganze Zeit so ein bisschen rum. So... Ich kann boxen. Ich kann boxen. Ich kann boxen. Ich kann boxen. Hast du nicht gesehen? Mein Mut ist grad... Also ich hab dann ja versucht, Pauli mal so ein bisschen auszuquetschen. Findest du dich süß? Nee? Nee? Langweiliger Typ? Hm? Nee? 100… Ne? Evet. Ne?